Ich darf die Vertreterinnen und Vertreter der Medien ganz herzlich begrüßen, da im Sitz vom Südtiroler Schützenbund und möchte noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir heute eine Thematik haben, die vom Sanitätswesen, Sanitätsausbau, die Steuerhoheit im Lande und die Europaregion Tirol behandeln werden und Sie informieren wollen und mit der Bitte, dass Sie in der Berichterstattung uns wohlwollend stehen, zur Seite stehen und da diese Stimmungsmache, die sich oft breitgemacht hat, ihr habt es da in der Hand praktisch, das ein bisschen positiv überzubringen. Ihr seid die Medien, mit euch wollen wir zusammenarbeiten und ich bitte um eine positive Berichterstattung. Due parole auch in Italien. Buongiorno, un saluto a voi. La tematika di heute ist, parleremo sul coso della sanitätsausbau, und dann die Steuerhoheit und die Europa-Regionale Tirol. Ich wünsche euch für die Berichterstattung und die Berichterstattung und die Berichterstattung und die Berichterstattung für uns. Ich wünsche einen guten Job und passe an den Bezirksmajor des Unterlandes und bedanke ich Sie. Werte Medienvertreter, ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Ich begrüße Sie recht herzlich zu der Pressekonferenz des Schützenbezirkes Südtiroler Unterland. Sie haben im Anschluss natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die wir Ihnen gerne beantworten werden. Und zudem kriegen Sie auch die ganzen Unterlagen von unserem Bundessekretär zugeschickt. Unterlandler schützen, bleiben volkstumspolitisches Gewissen und lassen sich weiterhin das Wort nicht verbieten. Gratulation an italienischen Nachbarstaaten zum Tag der Republik. Mein Name ist Peter Frank, Bezirksmajor des Schützenbezirkes Südtiroler Unterland. Zu meiner Rechten begrüße ich den Landeskommandant, Stellvertreter des Südtiroler Schützenbundes, Major Renato de Dorit. Und ein herzliches Willkommen auch im Vorsitzenden der ARGE IETS im Südtiroler Schützenbund und Bundeskassier Major Franz Josef Rohner. Insgesamt drei Plakataktionen sind in den vergangenen Monaten durch den Schützenbezirk Unterland in die Wege geleitet worden. Ziel und Zweck war und ist es, die Bevölkerung wachzurütteln und konsequent auf das Thema Unabhängigkeit zu setzen. Insbesondere als südlichster Landesteil sind wir Unterlandler gegenüber volkstumspolitischen Themen besonders sensibel. Leider weist die weltbeste Autonomie in Südtirol zahlreiche Defizite auf, die keine Berücksichtigung im politischen Tagesgeschäft finden. Das Thema Unabhängigkeit ist endlich konsequent und ohne Ausrede und Beschwichtigungen durch die Mehrheitspolitik anzugehen. Geht nicht, gibt's nicht ist längst nicht nur mehr das Motto der Unterlandler Schützen, sondern eine Lebenseinstellung. Weil die Politik, unserer Vorstellung nach, dazu da ist, Möglichkeiten und Wege zu finden, um diese auszuloten, anstatt bereits im Voraus alternativlos zu sein. Die Plakataktionen umfassen die Themenbereiche Sanität, Steuerhoheit und Europaregion Tirol mit folgenden Kernaussagen. Sanitätsausbau Während die Landesregierung gedrängt durch Rom in den letzten Jahren versucht hat, die kleinen Krankenhäuser zu schließen, hat die derzeitige Pandemie mehr als deutlich unter Beweis gestellt, dass diese Herangehensweise kurzsichtig und fahrlässig ist. Gerade heute wird uns mehr als deutlich klar, dass eine engmaschige Gesundheitsversorgung für unsere Lebensqualität wesentlich ist und es darum geht, eine garantierte, flächendeckende Gesundheitsvorsorge zu bieten, anstatt unter dem fadenscheinigen Argument der Kosteneinsparung einen gröberen Schaden anzurichten. Die Hausaufgaben sind mehr als klar. Konsequente Zweisprachigkeit bei Ärztinnen und Ärzten, flächendeckende Versorgung bei der Gesundheit, Schluss mit Schikanen bei der Ärzteausbildung, Gehälter nach internationalem Standard, damit unsere Jungärzte auch wieder zurück nach Südtirol kommen. Es wird dabei ein ums andere Mal deutlich, dass es fahrlässig ist, dass Südtirol in Bezug auf zentrale politische Bereiche keine primäre Gesetzgebungskompetenz hat und am Gängelband Roms hängt, das in keinster Weise auf die Sonderstellung Südtirols Rücksicht nimmt. Steuerhoheit Zu einer Autonomie gehört vor allem die primäre Gesetzgebung im Bereich Steuern und Finanzen. Es ist für jede Demokratie wesentlich, eigenständig zu entscheiden, was mit den Steuergeldern passiert. Durch die immense Steuerlast in Italien, einen bürgerfernen bürokratischen Apparat und eine intransparente Gesetzgebung und ständige Eingriffe durch die italienische Regierung und den Verfassungsgerichtshof ist die mangelnde Kompetenz in den Bereichen Steuern und Finanzen für den Standort Südtirol mehr als problematisch. Der italienische Schuldenberg ist durch Misswirtschaft, ständige Neuwahlen sowie durch eine Verschuldungspolitik wieder einmal auf Rekord hoch. Für den italienischen Schuldenberg haften letztendlich auch wir Südtiroler, obwohl wir nach wie vor unfreiwilliger Teil dieses Staates sind. Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Südtiroler Landesregierung bereit erklärt hat, sich an den Zinsen für italienische Staatsschulden zu beteiligen, womit hunderte Millionen von Euro an Südtiroler Steuergeldern pro Jahr in den italienischen Schuldenschlot gepumpt werden. Umso wichtiger ist es, dass Südtirol lieber heute als morgen über eine vollständige Steuerhoheit verhandelt. Wir können und wollen uns heute keinen weiteren Ausschub leisten. Europa-Region Tirol Tagtäglich zeigt sich, dass sich die Europa-Region Tirol zwar als Floskel eignet, jedoch ohne konkreten Handlungsspielraum ist. Die Grenze am Brenner ist keine Grenze im Kopf mehr, sondern wird bei zentralen Gegebenheiten immer wieder zur faktischen Barriere. Die Europa-Region ist ein bürokratisches Konzept auf EU-Ebene. Zentralistische Staaten wie Italien werden nie und nimmer freiwillig auf ihre Macht verzichten, weshalb die sogenannte Europa-Region für eine Minderheit, eine Floskel und ein Trugschluss bleibt. Es ist für ein vereintes Europa eine Schande, dass willkürliche Grenzziehungen des Ersten Weltkrieges noch immer nicht infrage gestellt werden dürfen und die EU auch weiterhin ein Club der Nationalstaaten bleibt. Daher gilt es aus Südtiroler Sicht an Lösungen zu arbeiten, die die Unabhängigkeit von Italien garantiert. Ganz egal, ob sich diese Lösungen Eigenstaatlichkeit, Rückgliederung an Österreich oder Ausbau der Vollautonomie nennen. Schützenreaktionen rufen heftige Gegenreaktionen hervor. Inwiefern die gesetzten Aktionen den Nerv der Zeit getroffen haben, wird an den teilweise heftigen Gegenreaktionen deutlich. Es ist offenbar immer noch nicht möglich, in Südtirol und in Italien offen verschiedene Meinungen zu vertreten, ohne für die freie Meinungsäußerung belangt zu werden. Mit zwei Strafbescheiden zu je 430 Euro, sowie durch die willkürliche Abweisungen von Plakaten unter dem fadenscheinigen Argument, dass nur Termine sowie Veranstaltungen durch Plakataktionen beworben werden können, wird versucht, politische Aktionen zu unterbinden. Es sei daran erinnert, dass die freie Meinungsäußerung durch Artikel 21 der italienischen Verfassung uneingeschränkt gedeckt ist. Dass auf Seiten italienischer Medien abermals die abgedroschene Phrase der Zündelei verwendet wird, ist übliche politische Taktik. Es ist bezeichnet, dass das vermeintliche Zündeln angeblich immer nur von Südtiroler Seite ausgeht, während Italien selbstverständlich an faschistischen Relikten, an nationalistischen Geschichtsverfälschungen, an verweigerter Selbstbestimmung, sowie an nationalistischen Machtdemonstrationen festhält. Es wird folglich mehr denn je notwendig, Zivilcourage zu zeigen, sich das Wort nicht nehmen zu lassen und auch weiterhin ehrenamtlich für eine bessere Zukunft Südtirols zu arbeiten. Dies beweisen wir unter Landlerschützen mit unserer vierten Themenreihe. Unabhängigkeit Der 2. Juni, der heuer zum 75. Mal als Gründung der Republik Italien gefeiert wird, nehmen wir zum Anlass und gratulieren dem italienischen Volk, welches diesen Eigeneinigungsprozess vollzogen hat zu ihrer Republik und fordern Italien einmal mehr auf, die eigenen Prinzipien auch bei anderen Völkern gelten zu lassen. Es gibt heute keine heiligen Grenzen Italiens mehr, schon gar nicht am Brenner, weshalb es nicht weiterhin einer ganzen Volksgruppe untersagt werden sollte, eigenständig und souverän über die eigene Zukunft bestimmen zu können. Der 2. Juni ist als Tag der Republik der Anlass, über die Zukunft der Republik Italien sowie über die staatliche Unabhängigkeit Südtirols nachzudenken. Der Höhepunkt und gleichzeitig der Abschluss unserer Banneraktion findet im Rahmen der Tage der Freiheit auf Kassel-Feder statt. Zufall, Ironie oder gar ein Wink des Schicksals? Vor ebenfalls 75 Jahren forderte das Unterland die Unabhängigkeit von der Provinz Trent und somit die Wiedervereinigung mit dem restlichen Südtirol. Unter dem Motto Zurückblicken, Innehalten und Vorausschauen werden wir am 8. Juni dieses Jahres an jenen Tag auf Kassel-Feder im Jahre 1946 gedenken und gemeinsam eine Gedenktafel enthüllen. Das Unterland wagt somit den ersten kleinen Schritt in Richtung Unabhängigkeit. Wollen wir hoffen, dass noch viele weitere davon folgen werden. Im Namen des Schützenbezirkes Südtiroler Unterland und des Südtiroler Schützenbundes bedanke ich mich für ihre Aufmerksamkeit. Und wie vorhin schon erwähnt, wenn Fragen sein sollten, können Sie sich gerne melden und wir werden die natürlich gerne beantworten. Sie seien zusätzlich auch recht herzlich reingeladen, und in 8. Juni auf Kassel-Feder der Enthüllung der Gedenktafel beizuwohnen. Dankeschön und käms gut nach Hause.